moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren folge guacamele 2 für die nintendo switch wir machen direkt da weiter wo wir aufgehört haben und zwar hier im dorf lost mangelos und dort muss man den rad aufsuchen der ist hier drin und ihm die relikie geben willkommen zurück und läuft ja eine relikie wir haben sie so du hast die relikie beeilung du musst die zu unseren verbündeten alle breite alle krein will er zu er erwartet dich bereits allerdings wärst du den dash punch brauchen dort hinzukommen es gibt nur noch eine bekannte schule start in aller zeitlinien ja eine sammlung an schluss start und hält die einzige der stadt und dies in dieser zeit noch gibt du wirst die holen überlassen müssen zum wohl aller ok na gut ich kann wohl eine meiner statu übrigen steht im keller wo ich meine umfangreiche sammlung an schluss starten auf sie ist noch vollständig original verpackt und am besten zustand verstehe die hände bevor du reingehst ja öffne das portal zu der zeitlinie voller statuen gespannt schnell finde ich spannend statu wir können auch wirklich noch mehr zeit verlieren jetzt ok guck mal nach wie gesagt in seinem keller einer da stehe ich war eine frische art kann auch was das für ein move sein soll wir waren es mal ein huhn da braucht man die ganzen sachen die wir haben da ist noch eine schnelles blinzeln ok das sind richtig geile moves die wir bekommen schnelles blinzeln gute haltung freigeschaltet papier schnitt immobilität freigeschaltet fleckenfreiheit freigeschaltet das ist echt abgefahren schnell lesen freigeschaltet perfekter rückblick freigeschaltet aber autofahren brauchen vielleicht freie atemwege freigeschaltet erholsam ist nicht angeschaltet grünen daumen und alternative luchtmaske gaben das perfektes namensgedächtnis greifschwanz freischalten als erstes sind das für bekloppte nach das wird unser sein der sparen die blauen blöcke die blauen blöcke wegballern wir sehen da ist ja schon ein blauer block verwende den dashboard um blaue blöcke weg zu ballern ok machen wir mal da kann man direkt rauf fliegen dann ist auch nicht schlecht kann man ja verschiedene hintereinander benutzen ich bin gespannt dunkelste zeitlinie mal wieder so du bist zurückruhen wie hat dir meine sammlung an schozo stadt umgefallen dies zweifelst du die größte sammlung an aber blick mal dein abend riecht außerordentlich frisch du bist so schnell als jeden den ich kennengelernt habe hast du hast du neun 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 schatz wir haben leider alles alles benutzt was da war mussten wir testen wie dem noch sein ruhen ausgezeichnete arbeit und da du nun den dashpunk hast kannst du die jahre zu unserem verbündeten nach alle bächer der villa hola bringen wir melden uns nur gut so waren auf die karte geguckt wo müssen wir hin da warst du wo kannst du dir nach links müssen wir gut ah ja wir schnell hin los geht's wow so winzige luchados gibt es doch noch paar ich sehe ja schon an seiner haltung dass du einen vielfachen schraubendreher suplex nicht kennst wenn er dir im gesicht landet an diesem spröden skleppen magst du auch so vorbeigestolpert sein aber ein kerl von deiner größe wird es nicht ohne die richtige technik schaffen rufe die fertigkeit zur sicht auf und dann kümmern wir uns mal um deine greif technik du hast auch eine menge arbeit folie ach guck mal hier man verkaufen zwar den ersten jahren greife dein gegner und drücke zum ram na okay rufe die bildung haben wir noch hier rein gehen dann bestimmt wieder das testen und auch nicht noch hier hui aber den gelb haben wir noch nicht gelernt nächstes mal gehen wir wieder hin aber den orangen haben wir auch noch nicht schade aber den haben wir bam weiter oh 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 Was? Was warst du? So, du Spinner. Gibt's ja noch einen anderen Weg oben längs? Oben längs, ne? Da kommt man nicht hoch. Dann können wir nur das Huhn hoch und da haben wir noch nicht den Supermove gelernt, oder? Können wir den doch schon, bitte? Ne, bringt uns noch nicht. Noch nicht weiter. Okay. Das finde ich sehr spannend. Warte, ich schaff das hier nicht. So. Okay, du willst es hart, dann kriegst du es hart. Oh. So, kommen wir hier hoch. An diesen Wänden können wir auch nicht hochklettern. Schade eigentlich. Das wäre natürlich ganz cool gewesen. Durch. Future Sun! Oh. Na gut. Höh. 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 Oh. so jetzt macht es richtig spaß man so nach und nach die besseren muss bekommt dann geht es ab hier weiter da geht es unser weder hier gar kein schwarzes wir kommen da gar nicht hoch ist wahrscheinlich nachher auch noch irgendwas womit wir die zeitleisten so ein bisschen beeinflussen können beziehungsweise die welt zwischen leben und toten das kommt bestimmt auch ok keine gefangenen so 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 Perfekt. Und runter. Wir gehen in beide Richtungen. Wir gehen erstmal nach rechts. Okay, jetzt wird es nicht schwierig. Oh, wir haben mal gespeichert, oder? Ja, wir haben alle Fähigkeiten, werden immer genutzt. Das habe ich ganz cool gemacht. Oh nein, das wäre dumm. Aber, das geht auf jeden Fall. Oh, Mist. Da war ich zu weit. Schade. Ich will es jetzt schaffen. Boah. Boah. Nein! Nein! Schade. Nochmal. Nein! Oh! 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 eoh! Oh! 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 Und was ist denn dort der Maske? weiter 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 speichern ok jetzt kommen wir ins schwarze gebiet ok warte warte nein Nein! Nein! Ui, 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 das war eine Hänge, Kiste. 30, 2, schon mal. Ok, muss ich jetzt. Ah, ok, wir können uns auch, ok? Ja, ok, wir können uns auch, ok? Easy going! Oh! So, komm her! Ah, warte! So! War aber noch irgendwie ein Geheimgang, dass da noch das Huhn lauten, was rein kann, oder? Einmal zu tun, dass ich auch noch eine Move? Oh! Den, ne? Oh, schade! Warte! Ja, guck dran! Nein! Und dann treffe ich... Ah, ok, warte! Ok, da können wir ja gar nicht hinkommen. Warte, guck mal! Als wenn, ich muss von der anderen Seite kommen. Ok! So, und dann geht's noch einen ganzen Weg, den gehen wir dann mal längs. Mit dem Huhn, den wir dann mal längs. Wir speichern aber einmal, so wie jetzt halber. So! Und jetzt als Huhn? Dann geht's noch mal auf! Oh! So! 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 Okay. Süße. Gut. Und wieder zurück. So schwer ist das eigentlich gar nicht. Es geht echt nur um Timing. Timing ist alles, ne? Ja, das will ich holler, wo wir haben, will ich schula. Ich habe schula. Ich habe schula. Ja. Nein! Mein Gott, wäre ein Weg hier. Na, kürzer oder was? Ich glaube nicht. Ich bin jetzt noch weiter weg von dem, wo wir hin sollten eigentlich. Aber da gibt es ein Herzcontainer, holen wir uns mal. Hoffe ich zumindest. So. In diesem Wärts ein bisschen zu weit. Das war jetzt wirklich nur eine Abkürzung. Wir können ja gar nicht runterkommen, glaube ich gar nicht. Ne, wir müssen jetzt mal runtergehen. Wir gehen da und... Ach, warte. Perfekt. Wir leben. Leben kann man nicht mehr gebrauchen. Wir gehen. Warte geht's. Wui! Ah. Muchos gracias. Ja. Und jetzt... Hier geht's nicht. Hier geht's nicht. Hier geht's nicht. Hier geht's auch nicht. Hier kann man nicht durch. wir sind da unten längst, seht ihr das? unten links war das ich bin schon weg, schon da da, so ich bin schon ein geiler Typ oder? ich fände dieser Huren, das ist echt ein geiler Typ der kann alles, alles was er will wovon er träumt neuer Kauf verfügbar, ok Fertigkeitsbaum die haben wir alle, die können wir nicht kaufen, aber wir können das hier neu kaufen, wenn wir wollen das kostet, aber ich glaube wir warten noch ein bisschen, WrestleMult greift an einen Gegner und werf ihn nieder steh auf, ich würde hier ganz gern was kaufen, was gibt's denn, das kostet 3000, sammle Herztruhen 5,5, Gold 3000 Gegner zu töten gewährt mehr Gesundheit, das ist doch viel cooler, da warten wir noch mit also oh Oh, wer ist das denn, der stolze Gockel? Du wächst verwehrt. Hast du noch nie von mir gehört? Was für eine Seltenheit. Ich, Rooster Ramirez, bedüge keine Vorstellung. Der Stolz von Pio City, der goldene Sohn des Haarenturms. Bitte kein Autogramme. Die Prophezeiung des goldenen Eis hat mich hierher geführt. Doch du musst nur verlieren, bevor sie sich gewahrheiten soll. Doch welch bessere Lehrer als ich, Rooster Ramirez. Beste Hahn kam in meine Abschlussklasse. Könnte dich in den Wegen des goldenen Eis unterrichten. Du sollst mein eifriger Schüler sein, junger Paderwan. Werf einen Blick auf die Hühneraufgaben, die ich dir in den Fertigkeitsansicht gestellt habe. Wer weiß, vielleicht werden wir dich ja schon bald mit einer Silber in deiner Brust sehen. Haha, unwahrscheinlich. Wie der? Da, Apollo, Apollo, Apollo. Apollo Pause. Erhöht deine Pickstärke. Fangen wir glatt. Bam. Okay. Hier kommt ein kleines Polo-Ding. Da können wir noch nicht durch. Scheiße. Schade. Na gut. Müssen wir ein anderes Mal machen. Raus. Raus. Polo-Garro. Dieser Korb eignet sich gut als Sonnenschirm, was er praktisch ist, weil es die ganze Zeit nur noch regnet. Heute Abend findet im Restaurant wieder als monatlich Wettessen statt. Du kannst deine schicken Lohalo-Legends darauf verwenden, dass ich dabei bin. Der Sieger ist zwei Wochen lang gratis. Cool. Genau. Zu. Da. Ich besitze eine Kette von Kampf-Emporien, okay? Du bist der Einzige, der viel rumkommt. Jetzt komm rein und landet was, bevor ich mich anentscheide. Okay, gehen wir mal rein, wenn man was anderes zu sagen hat. Ich nenne dich schon seit Jahren ein feiges Huhn. Wie schön, dass du diesem Namen gerecht wärst. Ich schüttle deine Feder und knall poncho einen von dem Latz. Ja, okay. Und jetzt? Achso, okay. Den gleichen Move, die wir letztes Mal machen mussten, oder? So, was hat er noch? Warte mal, warte. Mist. Was ist denn das für ein Move, der überhaupt? Mist. 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 Warte mal, noch mal, noch mal. Also, den... Ne. Warte mal, noch mal. Warte mal, also. Geht an sich. Krieg ich noch mal, dann müssen wir noch mal Luft trinken. Krieg ich aber nicht noch mal eine Luft. Hä? Hä? Krieg ich nicht hin, den Move. Krieg ich wirklich nicht hin. Okay, ich habe es zu check. Okay. Aber das war doch nicht verkehrt, Achtung. Nochmal. Jetzt check ich nicht. Das geht echt nicht. Echt schwer. Komm nochmal. Yes, so. Hat aber auch gedauert. Das nächste ist eine flinke Nummer. Du musst einen Power mit einander unterbrechen. Oh, du Scheiße. Ah, okay. Das ist aber machbar. Warte mal. Okay, dann müssen wir kurz warten. Nochmal. Nochmal. Ah. Ah. Sie wirst ja in eine andere Richtung. Nein. Okay, nochmal. Nein. Ah, schuld. Mist. Oh, ich hätte die Beine empfischt. Mann. Wir müssen ranholen. Oh. Unmöglich. Ich bin echt nicht. Echt schwer, den das zweite Mal zu kriegen. Nee. Er springt zu weit. Ich warte nicht, wir werden die Power haben. Er springt zu weit, das ist ein bisschen blöde. Ich muss ihn noch... Warte mal. Oh, ey. Warte mal rein. Warte mal rein. Warte mal rein. Ja, ich krieg nicht das zweite Mal. Das dritte Mal, da muss ich nicht mehr kriegen. Das gibt's echt nicht. Boah. Kann man stehen. So jetzt. Mann. Warte mal rein. Warte mal rein. Warte mal rein. So. Okay, muss einfach nur schnell sein. Ich würde sagen, das war das Gelbe von Ei. Aber ich lasse dich. Ich hasse dich trotzdem. Aber heute kein Training mehr. Danke. Okay. Ein bisschen Kohle gibt's dafür auf jeden Fall. Wiii. Sehr gut. So, speichern. Wir haben darüber nachgedacht, in einer kleinen Stadt zu ziehen, wo ein Baby kommt. Natürlich ist der Roller wunderschön. Wir denken nur, dass wir lieber in einer ruhigen Umgebung holen wollen. Okay. So, hier gehen wir rein. Jetzt geht's los. Die Gerüchte sind also wahr. Voldemort ist zurück. Nein. Ich nicht. Oh. Juan, der Lujador, ist von den Toten zurückgekehrt. Nur hat uns das Schicksal diesmal auf dieselbe Seite geführt, alte Rivale. Du hast dich bisher gut geschlagen, Juan. Wie ich sehe, hast du den Ja der Reliquie mitgebracht. Aber es ist noch zu früh, um sich zu freuen. Wir stehen einem gefährlichen Mann gegenüber. Salvador, dem Mann mit den feurigen Augen. Vor Jahren hat er mir seine magtlosen Technik Kalaka in Einzelkampf bezwungen und die Verschmelzung der Welten aufgehalten. Aber Salvador war kein Held. Der Rat der Chivos und ich versuche ihn aufzuhalten. Er wollte gerade auf der Jagd nach den Obsidian Reliquie sein. Regieb dich durch die Tierras Malas zum Obsidian Tempel. Da findest du eine Obsidian Reliquie. Okay, klingt gut. Viel Erfolg, Juan. Und ich danke dir für die Ja der Reliquie. Verspreche sicher zu bewahren. Super, so. Ja, das war's für heute. Die andere Reliquie werden wir uns beim nächsten Mal unter den Nagel reißen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Gericht wegen des Ehren. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Grüß-HI, das ist gut, beden ich. Alles okay, schön. Go, ich meine, es gar nicht. Bis dahin, ich halte dich. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.